Ich habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen, da steh ich nun, ich arme Tor und bin so klug als wie zuvor. Heißer Magister, heißer Doktor, gar und ziehe Journalist, sehen ja herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keines Gruppel noch Zweifel, fühlte mich weder vor Hölle noch Teufel. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehr noch Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Darum habe ich mich der Magie ergeben, mir durch Geistes, Kraft und Mund nicht manch Geheimnis für den Grund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche. Schau, dass ich mich dabei, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und du nicht mehr nach Worten kramen. Schau.